Im US-Bundesstaat Minnesota haben Paketboten nicht nur Hunde zu fürchten. Dieser UPS-Angestellte bekommt es mit einem wilden Truthahn zu tun. Die Szene wurde aus der Cafeteria eines Krankenhauses gefilmt. Das aggressive Tier jagt den armen Mann um einen LKW der Konkurrenz herum. Schließlich rettet er sich in den sicheren Wagen. Sein FedEx-Kollege zeigt ihm dann, wie man den Vogel verjagt. Die kuriose Show ist für die Belegschaft sicherlich eine willkommene Abwechslung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017